hallo tut macht ihr zweck der demo weg so hallo leute und herzlich willkommen zu ein neues let's test diesmal blogs that matter es ist keine ahnung was es ist die musik ist kann man die und aber ach so kann man die sprache auf deutsch stellen was okay kann ein zu tun ach so okay ja ich habe hier ist adventure mode ja jetzt spielen ich habe keine ahnung was auf mich zukommt ja toll ich musste nein es gibt weh was schon das gibt ww ich drücke weh ja jetzt ach du du scheiß was ist das denn was sieht ihr da unten wo ich jetzt drauf springen das ist cobblestone und jetzt gehe ich über dort und oh gott ich habe einen stein eingesammelt kann man das auch kaputt machen ich brauche holz ich will eine workbench bauen komischer nähter denn ob ich mit die anders in erinnerung mehr egal spielen wir weiter kommen ich will das haben oh mein gott obsidian schön ach und so ein schwamm ding dem man nur wenn man hoch springt was einsammeln kann das einsammeln kann das einsammeln kann warum man nur wenn man hoch springt was einsammeln kann hallo ja toll alter ach so jetzt renne ich oder was okay wie geht das ich muss vielleicht doch mal irgendwie die controls anschauen ich drücke einfach mal auf jede taste außerhalb das ist c was passiert mit c oh mein gott oh ja da muss ich hin ich muss wieder zu der realen welt schade scheinen irgendwie nicht richtig zu funktionieren was ist das vielleicht muss ich den schwamm erst befreien kann ich sterben nein alter was ist das hier für eine scheiße man spielt irgendwie so ein portal cube mit beinen und der rennt hier durch die gegend und man hat irgendwie das gefühl dass man in minecraft ist das ist ja ein geiles spiel hm ich glaube ich habe schon genug gesehen was ist das hier für eine scheiße ich komme ich will sterben ja das war so geplant alter was ist das für ein krankes spiel oh 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 ich oh der wird jetzt gekloppt glaube ich oh 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 das tut weh und was ja toll weh oh alter der erinnert mich jetzt irgendwie an glados von portal 2 der die irgendwie durchdreht ne also die steuerung ist sehr merkwürdig man muss d drücken damit er so Prozent Prozent anfangen zu bohren sozusagen aber auch immer nach links bohren will hallo ich will da rein kann ich das kaputt machen Bam 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 hm kann ich was bauen oh äh ne naja Leute das war's dann ich würde diese Demo Version gleich wieder deinstallieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao Glatt Das war's und mal wenn you